Mit dem zweiten Platz zeichnet die Jury das Konzept Klee-Kinder aus. Klee-Kinder, das ist eine Kooperation der Paul-Klee-Grundschule Düsseldorf gemeinsam mit der Kunstsammlung NRW. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten für die Sonderschau 100 Mal Paul Klee eine Ausstellungseröffnung für Kinder. Dabei übernahmen sie unterschiedliche Aufgaben, die sich an ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten orientierten. Sie formulierten und hielten die Eröffnungsrede, betreuten Workshops, interviewten Besucher, präsentierten Werke von Paul Klee und informierten über den Künstler selbst. Ziel der langfristigen Partnerschaft ist die Heranführung von Kindern an das Museum und an zeitgenössische Kunst. Über die Entfaltung ihres schöpferischen Potenzials und ihrer Kreativität lernen die Kinder, ihre eigenen Stärken wahrzunehmen, sich auszudrücken und selbstbewusst ihr Leben zu gestalten. Die Jury urteilt Das Konzept Klee-Kinder fördert sehr kreativ zahlreiche fachliche und fächerverbindende Kompetenzen. Der partizipative Anteil wird dabei stark betont. Überzeugend ist die Heranführung von Kindern an das Museum sowie an vermeintlich sperrige, zeitgenössische Kunst. Das ist vorbildlich. Bravo!